Wir werden auf folgende Kapitel im Einzelnen eingehen. Kapitel 1 des Seminares beinhaltet im Einzelnen 1. Das Hundefell, die Funktionen eines Felles und Einflüsse auf ein Fell. 2. Die Hundehaut Wir klären nicht nur den Aufbau der Hundehaut, sondern auch immer wieder auftretende Fragen, wie zum Beispiel, hat ein Hund Schweißdrüsen? Oder kann ein Hund einen Sonnenbrand bekommen? 3. Das Hundehaar Hier gehen wir im Einzelnen auf das Hundehaar und auch auf die Wachstumsphasen der Haare ein. Ebenso werden wir in Kapitel 1 über das Kastratenfell, das Welpenfell und auf die Farben der Hundehaare eingehen. In Kapitel 2 schauen wir uns die einzelnen Haarstrukturen genauer an. Wir werden mit den verschiedenen Haarstrukturen beginnen und die folgenden Gene und Mutationen intensiv beleuchten. Kurz- und Langhaar, Glatt- und Lockenhaar, Normalhaar oder Furnishing-Mutation und das Rauhaar. Die verschiedenen Haarstrukturen werden an Haarbeispielen und Bildern erläutert und verschiedene Pflegemöglichkeiten erklärt. Mit diesen Kenntnissen erkennen Sie selbstständig, für welches Fell und warum welche Pflegemöglichkeit empfehlenswert ist und von welcher und warum Abstand genommen werden sollte. Mein Name ist Gabriele Peters und ich übe den Beruf der Grumerin seit ca. 30 Jahren aus. Die Haut ist ein Sinnesorgan. Sie hat eine Schutzfunktion vor äußeren Einflüssen, wie z.B. Mikroorganismen und dient als Schutz der körpereigenen Elemente. In den Haarbelgen entstehen die Haare, die durch den Follikel gestützt werden. Die Haarstrukturen am Hund werden durch diese Gene bestimmt. Ein Langhaar hat eine gleichmäßige Struktur und Dicke von der Haarwurzel bis in die Haarspitze. Es verläuft sich maximal nur an der Haarspitze leicht aus. Es kann ohne eine Veränderung der Haarqualität gekürzt werden. Es unterliegt immer einem saisonalen Wechsel. Hier sehen wir Haarbeispiele Furnishing Langhaar mit verschiedenen Unterwollanteilen. Der Malteser hat ein einfarbig-weißes Fell von seidiger Textur. Eine glatte, konstante Struktur und schwer fallend. Das Haar ist sehr leicht gleichmäßig gewellt. Es wird auch Engelshaar genannt. Diese zwei Haarbeispiele verdeutlichen veränderliche Lockenbildungen. Das abgestorbene Haar des rauhaarigen Furnishing-Typs fällt nicht von alleine aus. Wird langhaariges, rauhaariges Furnishing-Haar nicht getrimmt, sondern geschoren, wird das Haar weicher und die Färbung des Felles kann stark verblassen. In diesen Haarbeispielen zwei verschiedener Foxterrier sehen Sie deutliche Unterschiede innerhalb einer Rasse. Auch in diesem Haar kommen immer wieder wollige Varianten vor, die kein festes Deckhaar entwickeln und auf eine genetische Disposition verweisen. Beobachten wir die Unterschiede im Kopfbereich Typ 2 vs. Typ 3 am Beispiel Langhaarkolli. Dichte Unterwolle benötigt eine gute Pflege, damit der Haut genügend Luftzirkulation gewährleistet wird. Diese Entwicklung des Langhaar-Doublecoat steht stellvertretend für viele Rassen. Zuchtauswahlen ins Kindschenschema betreffen, wie schon mehrfach erwähnt, viele wollige Doublecoats. Die Fellpflege dieser modernen Zuchtauslese wird von den Besitzern oft massiv unterschätzt und endet oft in einer Katastrophe, sodass das Fell nur noch radikal runtergeschoren werden kann. Viel eher könnten meines Erachtens einige Exemplare in dem Bereich der Qualzucht eingeordnet werden. Und vergesst niemals, alle Fälle haben eins gemeinsam. Sie sind zum Streicheln da. Eure Gabriele Peters Eure Gabriele Peters Bis zum nächsten Mal.